Hey und herzlich willkommen zu Part 28 von Let's Play The Sims 4 Gold Digger Challenge. Wir sind hier wieder zurück mit unserer lieben JD und ihrer wunderbaren Familie. Leider immer noch mit Evan an unserer Seite. Also was heißt leider? Er ist ja eigentlich ein guter Kerl. Aber so langsam würden wir ihn, glaube ich, ganz gerne loswerden. Aber dafür müssen wir noch eine Sache erledigen, denn wir haben ja noch nicht die Dinnerparty veranstaltet. Im letzten Part, was ist denn nochmal im letzten Part passiert? Es hat gebrannt. Oh, wait. Stimmt, wir haben Louis und Kian umgestylt. Ich erinnere mich. Genau, wir hatten das Umstyling von Kian und von Louis Vuitton und es war absolut großartig. Ihr findet die beiden auch ziemlich klasse und das freut mich sehr, dass euch die Umstellings auch gefallen. Und ja, im heutigen Part werden wir uns dann an den Geburtstag von Evan machen, denn er wird heute zum Senior. Das eignet sich ja ganz hervorragend. Und werden das vielleicht so ein bisschen verknüpfen mit der Dinnerparty. Wir schauen aber gleich mal. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in dieses Video rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier sehen wir also unsere, wie immer, überglückliche JD. Also sie liebt ihr Leben einfach, wie man sieht. Nein, sie ist gerade ein bisschen abgefuckt, weil irgendwas stinkt, glaube ich. Ja, sie hat, genau, schlecht geträumt. Genau, es hat gebrannt. Sie hat Hunger. Sie stinkt. Also es ist einfach wieder ein hartes Leben. Sie möchte gerne Spielzeugkiste kaufen. Sie möchte gerne Bienenkiste kaufen. Sie möchte gerne Yoga machen. Das können wir auf jeden Fall gleich machen. Ich würde sagen, das machen wir vielleicht auch noch, wenn wir stinkig sind. So als in den Tag starten quasi. Dann wird sie jetzt hier mal ein bisschen Yoga üben. Ich finde das richtig süß, dass sie immer das Bedürfnis hat, Yoga zu machen. Ja, weil es ist ja auch eine schöne Sache. Warum gehst du denn jetzt baden, Girl? Ich habe gesagt, du sollst Yoga machen. So, und die Kids, ja, denen geht es eigentlich ganz gut. Die müssen natürlich gleich auch in die Schule. Kannst du vielleicht hier einmal, nee, nicht verbessern, duschen gehen, Boy? Louis ist einfach so cool, Leute. Ich liebe Louis und ich bin so gespannt auf seine Geschichte, was da noch alles so kommen wird. Ihm geht es auch nicht ganz so gut. Also vielleicht ganz, ganz so gut, aber er muss noch ein paar Sachen hier erledigen, dass er wenigstens noch auf Toilette geht. Und ja, Cash geht sonst gut. Wie wäre es denn mit Aufstehen, Tino? So, ich glaube, dass wir morgen, also Valentino zum Teenager machen werden. Ich möchte so gerne mit ihm als Preteen spielen. Und das ist halt noch eine ganze Woche. Andererseits ist das halt so, ne? Wann wird ein Cash zum Teenager? Warum hat denn hier schon wieder Louis Geburtstag? Das ist doch, ach, hier hat Cash Geburtstag, ne? Ah, aha. Das heißt, wir haben jetzt hier den Geburtstag, dann da, dann hat Cash da Geburtstag. Eigentlich würde das schon Sinn machen, wenn wir noch warten, ne? Hier hat Jay die Geburtstag und da wird sie zur Erwachsenen, nicht zur Junge, ach, zum Senior. Sie wird da zur Erwachsenen. Und, äh. Ne, komm, wir warten. Wir warten. Wir warten, wir warten, wir warten. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, wir warten. Hat er sich in die Hose gemacht? Och, Mensch, Tino. Aber ich will auf jeden Fall mal mit den Jungs zur Schule gehen. Also mit den großen Jungs. Oh mein Gott, dann haben wir ja sogar, dann gehen die ja zu dritt zur Schule, weil die alle gleich alt sind. Sind, also in der gleichen Altersstufe sind. Das wäre ja super cool. Aber ich glaube, das, ach, schaffen wir das heute? Warte mal, wenn wir danach die Dinnerparty noch machen wollen. Theoretisch schaffen wir das. Haben wir denn eine Schule? Ja, die Schule, wo Jay die hingegangen ist, da kann man ja auch als, also können wir auch einfach sagen, dass das auch für, für Kinder ist, oder? Warte mal. Two Dinge, Valentino. Two Dinge. Mh, soziales Event veranstalten. Weil das wäre schon cool. Weil ich möchte ja auch, dass Tino sich noch ein bisschen besser mit seiner Freundin anfreundet. Wie heißt sie nochmal? Wieso vergesse ich immer ihren Namen? Mia, und man sieht es so, dass sie es, ey. Und das ist ja auch Louis' erster Schultag. Und das wäre ja schon cool, wenn wir dann dabei wären. Aber wir schauen mal. Vielleicht klappt es ja auch mal wieder nicht, ne? Bei mir geht ja irgendwie immer was schief. Okay, wir gehen natürlich auf eine Privatschule. Oh nee, wir können es uns ja gar nicht leisten. Oh shit. Egal. Dann gehen wir auf die Public High School. Das ist natürlich jetzt fatal. Wir müssen mit dem Pöbel zur Schule gehen. Louis Vitor und Cash. Sober. So, was haben wir denn nochmal für Schulen? Also. Wir haben die Creek Elementary School. Willow Creek High School. Trinity High School. Ah ja, das war die High School, wo JD hingegangen ist. Da werden die Kids dann auch hingehen, wenn sie Teenager sind. Aber ich glaube, dann gehen wir jetzt erstmal noch zur Creek Elementary School, oder? Ich weiß nicht. Die Trinity High School ist halt schon cool. Ich meine, die sind ja jetzt schon keine Grundschüler mehr, ne? Also auch wenn Louis Vuitton jetzt erst zum Kind geworden ist. Aber er wirkt ja auch schon recht erwachsen. Und die sind ja vielleicht schon so in der fünften oder sechsten. Das ist ja dann quasi doch schon weiter für eine Schule. Das ist halt die High School. Das ist halt cool da. Ach komm, was soll's? Was soll der Geiz? Jetzt, okeli dokeli. Wir sind in der Trinity High School. Also, falls ihr die noch nicht kennt. Die haben wir damals für JD platziert, als sie noch ein Teenager war. Und ich liebe diese Schule über alles. Die hat jemand aus der Community gebaut. Und die ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also, die hat alles, was eine Schule braucht. Und man kriegt hier so ein cooles Flair einfach. Und hier hat JD tatsächlich auch Laser kennengelernt. Und ja, es ist einfach die perfekte private High School irgendwie. Also, so richtig pompös und mit hier so einer Aula und Theaterzeugs und so weiter. Also, es ist einfach super, super geil. Und ja, dann hoffen wir mal, dass jetzt gleich hier ein paar Schüler eintrudeln. Und ich hoffe natürlich, dass Mia auch hier zur Schule geht. Das wäre schon richtig cool. Und wir wollen ja, dass Cash unser kleiner Hardworker wird. Also, der immer gut in der Schule aufpasst, weil er möchte ja so ein Banker werden. Okay, dann suchen wir jetzt mal eine Möglichkeit, um zu arbeiten. Und Feinschmecker-Kochfähigkeit verbessern. Aber können das Kinder schon? Kinder können doch nicht kochen. Warum? Hä? Warum habe ich das als Aufgabe? Ich habe doch... Habe ich High School ausgewählt? Public High School? Oh no. Ihr habt das falsche Event ausgewählt. Ich bin so dumm. Okay, wir wollen natürlich, obviously, zur Grundschule gehen. Aber wir müssen halt zur Public-Grundschule gehen. Hallo! Wo ist sie denn? Öffentliche Grundschule. Dumm. Einfach dumm. Nee, nicht du. Du und du. Ja, und eigentlich Cash. Aber wo ist er denn jetzt? Cash nach Hause gegangen? Sag mal. Er ist zur Schule gegangen! Du, das... Also, ups. Nee, das meine ich natürlich nicht so, aber... Ach, Cash! Trinity High School. Okay. So, nee, Cash. Komm jetzt wieder hier hin, bitte. Äh... Wie soll es hier hinkommen? So. Okay, äh... Dann können wir jetzt... Können wir jetzt wirklich anfangen. Alle haben Panik, weil es gewittert. Ich muss sagen, das nervt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich finde das cool, dass sie dieses Verängstigte mit hinzugefügt haben. Das kam ja, glaube ich, mit dem Paranormale-Phänomene-Dingsbums. Aber es nervt auf Dauer schon, wenn die dann immer die ganze Zeit so schreiend rumrennen. Geht das nur mir so oder geht es euch auch so? Okay, dann geht Cash hier einmal in die Bibliothek und wird jetzt irgendwas lesen. Denn das zählt dann ja als Lernen. Und jemand soll einen höheren Level der Motorikfähigkeit erreichen. Und wer könnte das besser tun als unser allerliebster Tino? Aber ich glaube, wir haben leider drinnen nichts. Ah, doch, Basketball. Kann er Basketball spielen? Jo, kann er. Nice. Okay, dann wird er hier ein bisschen Dribbeln üben. Dann gucken wir mal, ob hier vielleicht jetzt gleich auch ein paar Kinder auftauchen, weil noch... Ah, doch, hier hinten kommen welche. Nice! Was macht Louis? Vielleicht kann Louis... Oh ja, natürlich. Er schreibt einen Blog oder so. So, kann er irgendwas machen in die Richtung schon? Ein Chatroom für Kinder chatten? Äh, Bestellung, kinderfreundlich? Nee, kann er leider noch nicht. Okay. Aber, oh, was ist denn da? Ach ja, da ruft jetzt wahrscheinlich der Direktor an. Nee, 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 nee. Dann kann er ja vielleicht mal hier so ein bisschen was Kreatives machen. Wo ist denn die kreative Area hier? Weil ich ja gesagt habe, dass er so eben dann auch so künstlerische Sachen machen soll. Er könnte stricken, aber ich glaube, ich lasse ihn einfach mal was malen. Warum kann ich nichts malen? Ich möchte malen! Können Kinder nicht malen? Also nicht an der Staffelei? Was soll denn das? Was soll das denn? Können einfach Karaoke singen. Lol. Hatten wir uns für Louis schon ein Instrument ausgesucht? Ich glaube nicht, oder? Also Cash lernt ja Klavier. Ich glaube, Tino sollte Gitarre lernen. Dann fängt... Ich glaube, wir lassen Valentino einfach auch... Ach, Valentino, sag ich schon. Äh, Louis einfach auch mit Klavier anfangen. Dann kann er ja hinterher immer noch gucken. Also wir könnten ihn auch singen lassen, aber ich weiß nicht, ob das so zu ihm passt. Ah, Mia ist leider nicht auf der Schule. Natürlich nicht, weil wir Public eingegeben haben und sie ist natürlich auch auf der Private High School, ne? Obviously. Ich glaube, für ihn fände ich sogar Geige geil. Oder? Ich weiß es nicht. Warum kriegen wir die ganze Zeit Geld? Die geben, ähm, Louis Geld dafür, dass er die ganze Zeit hier spielt. Oh mein Gott. Tino hat Level 8 der Motorikfähigkeit erreicht. What? Oh mein Gott. Und die, äh, das... Um das hier abgeschlossen zu haben, brauchen wir Level 10. Das ist so cool. Okay, wir werden definitiv warten, bis wir ihn alt haben, weil das wäre schon super cool, wenn wir das wirklich erreichen. Gibt es hier eigentlich kein Schwimmbad in dieser Schule? Das ist ja, also, das ist ja läppsch. Spaß, aber ich glaube, das wäre auch noch cool, wenn es so ein Schwimmbad gäbe. Und auch passend. Also irgendwie geht das mit dem Lesen nicht. Dann geht Cash jetzt nochmal... Oh nein, hier ist ein Mädchen, das weint. Wer bist du denn? Laura. Cash, geh mal zu ihr. Geh dich einmal freundlich vorstellen. Ich weiß, du willst hart arbeiten, aber... Naja, okay, er will erstmal da kurz zuhören. Und dann geht er gleich, äh, einmal zuhören. Äh, dem Mädchen zuhören. Ich kann schon nicht mehr denken. Aber es läuft sehr gut, Leute. Es ist ein sehr erfolgreicher Schultag. Ich glaube, ich lasse Valentino jetzt mal hier ein bisschen mit Mia chatten, während er in der Schule ist. Die haben dann einfach gerade beide Computerkurs und konzentrieren sich natürlich nicht darauf zu lernen oder so, sondern chatten miteinander. Das finde ich sehr sweet. Ist das die Sozialfähigkeit, die da aufgebaut wird? Weil wir bräuchten noch die Mentalfähigkeit, damit wir Gold abschließen. Aber ist auch nicht so wichtig. Oh, oh. Louis hat gerade auch noch Level 3 der Kreativitätfähigkeit erreicht, was auch super cool ist. Also, die Fähigkeiten von unseren Kindern sind wirklich, wirklich gut. Also, man kann über JD sagen, was man möchte, aber, also, gefördert werden ihre Kinder auf jeden Fall. Wie ist eine andere Frage, ne? Level 6 der Sozialfähigkeit erreicht. Heidewitzka! Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Ist das direkt... Och, Mann, lass mich doch in Ruhe. Jeden Tag ruft er an. Das grenzt an Stalking, Herr Direktor. Eine Stunde 40 müssen wir noch in der Schule sein? Ich wollte heute noch eine Dinnerparty schmeißen. Man fragt sich, mit welchem Geld? Geld... Vielleicht wird's eine Low-Budget-Dinnerparty, weil es wird ja auch eine Low-Budget-Dinnerparty. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen so eine Grillparty. Also, mit welchem Geld kaufen wir einen Grill? Keine Ahnung. Aber wir machen so ein Barbecue, weil wir sind ja jetzt... Also klar, es musste offiziell trotzdem als Galaabendessen klassifiziert werden. Aber wir sind ja mit... Also wir sind ja noch mit Evan und er mag das ja eher so minimalistisch. Und das ist ja seine Geburtstagsparty. Und deswegen machen wir da einfach eine Grillparty draus. Perfekt. Weil eine Grillparty ist nämlich billig. Jetzt müssen wir nur wissen... Also ich hab keine Ahnung, wie wir uns einen Grill leisten sollen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich hoffe nur, dass es dann gleich bei uns zu Hause nicht regnet. Weil das wäre natürlich fatal. Aber dann machen wir da so eine Poolparty draus. Das ist doch schön. Und vielleicht schwimmt Evan dann einfach ein bisschen zu lange, wenn er müde ist. Nein, Quatsch. Wir haben ja genau vorgesehen, was mit ihm passiert. Aber wer weiß, was heute noch so... Was der Tag noch so bringt, ne? Okay, aber ich glaube, ich breche den Schultag dann einfach jetzt vorzeitig ab. Weil besser werden wir eh nie mehr. Und wenn man Silber erreicht, ist das auch gut. Ja, ist sober. Sober! War das gut für euch oder nicht so? Wie hat das eure Noten vorangetrieben? Ja gut, er hatte seinen ersten Schultag. Oh, ja, er ist okay. Valentino ist schlecht. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir da Stress bekommen. Wir müssen uns vielleicht mal wirklich ein bisschen anstrengen, ne? Ach, Mann. Es ist aber auch schwer, wenn man ein Star ist, Leute. Ich sage es euch. Okay, ab nach Hause. Es hat auf jeden Fall mit dem Star-Dasein zu tun. Auf jeden Fall. Wir laden Mia einfach auch ein. Einfach so. Sie hat zwar nichts mit uns am Hut, aber JD hat gesagt, ladet alle eure Freunde ein. Wir schmeißen eine ganz tolle Poolparty. Es wird einfach toll. Es kommt nur keiner. Weil wir haben keine Freunde. Wen sollen wir einladen? Keine Ahnung. Wir haben ja keine Familie mehr. Also, schon noch, aber sind eigentlich alle tot. Nina, das ist nicht lustig. Warum lachst du? Oh, Cash Money wurde ins Inventor. Ach nein, die Grundschulhausaufgaben. Okay. Ah. Ah. Die Rechnungen sind da. Oh nein. Okay, Evan, es tut mir wirklich leid, aber das ist dein Todesurteil. Es tut mir leid. Okay, aber was verkaufen wir jetzt, um uns einen Grill kaufen zu können? Was kostet ein Grill? Und ein Tisch wäre nicht schlecht vielleicht, so für hier draußen. Können wir dem Butler irgendwie die Dusche klauen oder so? Muss ja nicht duschen, kann ja drinnen duschen. Die badet ja eh mal bei uns im Haus. Äh, Garten. Garten. Hier, Garten. So. Also, ein Grill. Ja, eigentlich will ich nicht so einen Grill. Ich will schon so, mindestens so einen. Am liebsten hätte ich aber so einen. Also, am liebsten hätte ich so einen. 1.560, das ist natürlich nicht günstig, ne? Was kostet so ein Tisch? Ein Outdoor-Tisch? Also, schon ein cooler. Warum ist das alles so teuer? Warum kostet das alles so viel Geld? Kann mir das mal jemand sagen? Entschuldigung, kann ich bitte deinen Tisch klauen? Da kriege ich ja gar nichts für. Was kostet die Dusche? 399. Ich glaube, ich spinne. Och Mann. Ich will aber nichts anderes verkaufen. Ich habe schon alles verkauft. Was kostet das Sofa? 560. Ach shit, was mache ich denn jetzt? Kostet das Auto? Ein Simoleon. Man kennt's. Der gute alte Audi für ein Simoleon. Der Teich ist halt geil, ne? Der kostet halt 1600. Aber den brauchen wir. Oder was kriegen wir denn, wenn wir hier die ganze Mauer wegmachen? 2000. Okay. Das muss jetzt leider sein. Es tut mir sehr leid, Mauer. Aber wir brauchen das Geld. Die Mauer können wir ja später noch hinzufügen. Weil das ist eh voll unnötig. Und ja, genau. Können wir später wieder dahin machen. Ist halt jetzt blöd, weil, also wenn halt eins unserer Kleinkinder hier so runterläuft und dann so, oh, Fischis. Und dann fällt es da so rein und dann so, oh, schöne Zähne haben die Fischis. Und dann ist gar nichts mehr. Dann denkt das Kind gar nichts mehr. Okay, dann kaufen wir jetzt erstmal den teuren Grill. Oh, das ist dumm. Was kostet der? 1300. Ja, aber die 200 Simoleons machen den Braten jetzt auch nicht fett. Ich meine, wir leben in Saus und Braus, Leute. Ja, schwarz ist schon cool. Schwarz ist schon cool, finde ich. Ja, ist super. Okay, so ein cooler Grill. Das machen wir noch richtig cool hinterher. Das ist jetzt ja nur die YOLO-Version. Ein Tisch. Oh, das finde ich schön. Gibt es sogar einen schwarz. Ja, nice. Dann nehmen wir den Tisch. Was gibt es für Stühle dazu vielleicht? Uh, gibt es den schwarz? Ist er schwarz? Oder halt weiß. Uh, nice. Hallo? Ah, mehr können wir uns nicht leisten. Tut mir leid, ich habe heute nur drei Stühle für dich. Aber was anderes kann ich jetzt auch nicht mehr verkaufen. Mann, das ist doch scheiße. Arm sein ist kacke. Kann ich einen Baum verkaufen? 24 Simoleons. Was kosten denn die Hocker? Oh, die Hocker bringen viel, ne? Kann ich mal zwei verkaufen? Können wir später wieder kaufen. Machen wir niemals. Ah, Nina, 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 Nina. Egal, wir brauchen jetzt Stühle. Und zack. So, schaut es euch an. Ist das toll. Wow, wie gemütlich. Das wird bombig. Gibt es Luftballons? Balloon. Man denkt sich, Nina, wofür brauchst du Luftballons? Aber ich brauche Luftballons. Warum sind Luftballons so teuer? Ich will doch einfach nur ein paar Luftballons haben. Die hätte ich gern. Muss ich leider doch die Dusche verkaufen. Tut mir sehr leid. Aber die sind halt auch voll sweet. Machen wir hier so ein paar Luftballons hin, weil wir feiern ja den Geburtstag von Evan. Auch wenn er das nicht wollen würde, weil er will ja eher als immer alles so simpel haben. Aber dann haben wir halt ein paar Luftballons. Schaut, so. Woo, Party. Ja, gut. Musik. Wir brauchen Musik. Warum kostet der denn jetzt auch wieder 200 Simulons? Na gut, dann müssen wir noch einmal Luftballons verkaufen. Und dann kaufen wir den Outdoor-Lautsprecher. Den machen wir so hier oben hin. Nice. Okay. Sehr gut. Machen wir schon mal Musik an. Einschalten. Machen wir so ein bisschen Inselradio für Evan, weil es ja sein Geburtstag und er ist ja so ein Inselboy. Also die Party ist Beach-themed, falls ihr das noch nicht seht. Es ist Beach. Hier hinten ist The Beach. Okay. Hey, JD, würdest du dann für Evan einmal eine Party veranstalten? Ein gesellschaftliches Ereignisplan. Oh, Evan, kannst du dich mal ganz kurz um dein Kind kümmern? Vielleicht irgendwie was zu essen geben oder so? Hier, so. Okay, wir machen eine Gala-Abendessen. Können wir uns nicht leisten, weil es 100 Simoleons kostet. Ich hasse alles daran. Kann ich einen Stuhl verkaufen oder so? 8 Simoleons. Was kriegen wir fürs Regal? 8 Simoleons. Warum kostet alles 8 Simoleons? Was kostet die Pflanze? Hm, schon geil. Also das Klavier gibt halt unglaublich viel, ne? Aber, also der Flügel. Aber das geht leider nicht. Hm. Der Fernseher. 640. Aber wir brauchen einen Fernseher zum Flexen. Das ist das Problem. Was sollen wir denn sonst flexen, wenn nicht mit unserem Fernseher? Boah, der Spiegel bringt 700 Simoleons, ne? Na gut, komm, dann verkaufen wir den. Wir haben da ja noch einen. Ah, ist das ein Krampf, ey. Wie erniedrigend. Jetzt aber dann. Gala-Abendessen. Woo! Gastgeber sind natürlich Evan und JD. Und unsere Gäste. So, jetzt gucken wir mal, wen wir einladen können. Äh. Äh. Wir haben einfach keine Freunde. Wir haben einfach keine Freunde. Okay, wir laden aber unsere Familie wenigstens ein, ne? So, unsere Familie darf kommen. Dann laden wir noch unsere Nachbarn ein. Das sind ja unsere Nachbarn. Julian natürlich. Können wir Marie einladen? Marie darf kommen. Ja, und dann laden wir noch hier die Leute ein vom Job. Ira ist, glaube ich, auch vom Job gewesen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ach, Yolo. Die, glaube ich, auch. Keine Ahnung. Ich glaube, dann reicht das auch. Es reicht. Ja, ein Caterer wäre schon cool, ne? Aber, nee. Wir grillen. Und zwar in der Loha-Residenz. Wunderbar. Wunderbärchen. Okay. Gartensalat sollen wir zubereiten. Ach was. Okay, pass auf. JD macht einen Gartensalat. Gartensalat. JD geht in die Küche und macht einen Gartensalat. Weil wir müssen ja Gold erreichen. Das ist ja beim letzten Mal immer so ein bisschen schief gegangen. Und wenn es nur heißt, wir sollen einen Gartensalat zubereiten, dann schaffen wir das. Einen Gartensalat bitte. Eine Partygröße. So, und Evan kann dann hier draußen ein bisschen was auf dem Grill zubereiten. Und zwar ein paar Burger. Ja, klingt gut. Schön. Mit der Mucke im Hintergrund. Einfach toll. Oh, äh. Cash hat sich natürlich auch extra schick gemacht. Hat seine Krawatte rausgeholt. Sober. Er findet das natürlich alles ein bisschen, ja, nicht eloquent genug hier, ne? Naja. Ähm, vielleicht kann Kian dann mal hier draußen hingehen und ein bisschen zur Musik tanzen. Vielleicht kann er mit, äh, ja, komm, tanzt mal so mit Louis. Oder mit Tino. Ich glaube mit Tino. Das ist süß. Und Louis geht aber auch tanzen. Einmal tanzen. Let's go. Das ist doch schön. Okay, Evan, mach noch mehr. Einfach, weil wir es können. Ähm, mach noch ein paar Pinchos. Oh. Das steckt die ganze Zeit da fest. Upsi. Dann telepüttiere ich einmal da unten hin. Sober. Stinkst du? Wo sind denn meine Gäste? Hä? Hallo? Habe ich irgendwie eine andere Uhrzeit? Habe ich eine falsche Uhrzeit angegeben? Ich habe doch gar keine Uhrzeit angegeben, oder? Will keiner mit uns feiern, oder? Wie ist die Lage? Hallo? Naja, dann, äh, rufen wir mal alle zum Essen, nicht wahr? Ach, Rowan, jetzt rufst du an, oder was? Kurze Frage. Hitomi Ueda und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Soll ich mich wirklich darauf einlassen? Ich denke, du sollst am Ball bleiben, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich du wäre, würde ich das jetzt nicht tun. Ist er nicht verheiratet? Naja, mach, was du willst. Ja, irgendwie, also, irgendwie hatte keiner Lust zu kommen. Naja. Egal. Oh. Oh mein Gott, sie sieht so hübsch aus. You are so pretty, JD. You are so pretty. Aber vielleicht ist JD auch ganz froh, dass niemand gekommen ist, weil so eine herablassende Party, das ist ja eigentlich nicht so ihr Ding. Aber wenigstens ist die Familie jetzt irgendwie mal zusammen. Das ist ja irgendwie süß. Guckt euch das mal an. Sweet. Und wir sind schon, äh, sind wir schon bei, ah ne, das ist Bronze, ne? Okay, wir müssen gleich Sims gleichzeitig tanzen lassen, damit wir das noch schaffen. Oh Gott, aber, oh mein Gott, ich hoffe, wir schaffen das. Das wäre so fatal, wenn es schon wieder schief geht. Was macht er denn jetzt? Torte essen? Achso, ich hab, oh nein, ich hab einen Geburtstagskuchen für ihn vergessen. Huch. Naja, was soll's. Äh, dann bereite du doch mal Kaffee vor. Etwas Kaffee oder Tee zu bereiten ist nämlich noch eine Aufgabe. Das schaffen wir, das kriegen wir hin. Und dann können die Family nämlich hier draußen tanzen. So, du tanzt und du tanzt und du tanzt. Komm schon, wir haben's gleich geschafft. Evan tanzt auch, komm. Alle werden hier zum Tanzen gezwungen. Let's go. Hallo, kann hier noch jemand tanzen, bitte? Ah, nice. Oh mein Gott, Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Oh Gott, wie geht das denn nochmal? Lustig miteinander sein? Ja komm, dann sei du mal mit deinem Sohn lustig. Hier, lustig, erzähl mal einen Klopf-Klopf-Witz. Oh, mir ist gegangen. Ich bin so konzentriert. Ich will das schaffen. Weil wir brauchen einen neuen Mann, es geht nicht mehr. Warum ist sie denn so kokett? Girl, auf, so kokett zu sein, du sollst lustig sein. Warum ist sie denn jetzt gemein? Oh mein Gott, die haben sich gestritten. Vor Cash. Ich glaub, ich spinne. Ach Mann. Was ist denn das jetzt? Gesäßschmerzen? Oh mein Gott. Same. Könnt ihr bitte verspielt sein? Warum sollen die denn verspielt sein? Weißt du, das verstehe ich nicht. Mann, ich ahne Böses, Leute. Wie lange haben wir noch? Eine Stunde, 39 Minuten. Ah, ich will doch einfach nur ein bisschen Geburt, äh, ein bisschen Gold-Dingsbums haben, damit wir hier vorankommen. Okay, JD ist verspielt. Sehr gut. Warum bist du denn jetzt traurig? Nee, nee, nee. Du bist jetzt mit lustig. Wir sind jetzt lustig miteinander gefälligst. Oh, oh. Oh, komm schon. Oh, Mann. Oh, no. Jetzt scheitert es an. Einem Ding, weil ich niemandem fürs Kommen danken kann. Aber es ist doch niemand da. Wem soll ich denn Danke sagen, wenn keiner gekommen ist? Oh Gott, das ist die traurigste Party der Welt. Ist irgendwer weg? Also ist irgendwer hier hinten hingegangen oder so? Ah, Mann. Ich habe mir so Mühe gegeben. Irgendwer hat sich irgendwo versteckt. Wer liegt denn da? Ach, Louis Vuitton, was machst denn du da? Niemand ist gekommen. Das ist doch ein Bug. Eine Verarsche ist das. Kann ich ihm fürs Kommen danken? Ach, Mann. Ah, es ist einfach nur unfair, Leute. Absolut unfair. Kann ich jetzt noch schnell jemanden einladen? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung. Du, kommst du mal schnell? Einladen auf Grundstück abzudingsen? Komm schon. Hör auf zu tanzen. Ruf ihn schnell an, dass der kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Er kommt gleich. Okay. Okay, nice. Ist er das da? Bist du das? Das ist er. Kann ich dir fürs Kommen danken? Hereinbitten. Warum kann ich dir nicht fürs Kommen danken? Ich bin sehr dankbar, dass du da bist. Ach, Mann. Wir haben nur noch 15 Minuten. Das ist so gemein. Das ist so gemein, Leute. Warum hat der keine Hose an? Oh, mein Gott. Es ist doch einfach schon wieder nur Trauerspiel hier. Ein einziges Trauerspiel. Ich will doch einfach nur Evan töten. Ist das so viel verlangt? Guck mal, er ist auch schon total verbittert, weil er in JD's Nähe ist. Ich finde, wir haben das eigentlich erreicht. Das war ja nicht meine Schuld, dass ich dem Gast nicht fürs Kommen danken konnte. Es ist einfach unfair. Belohnung verdient. Äh, Mann. Naja, immerhin können wir das Regal verkaufen. 275 Simoleons. Easy. Och, Mann. Naja, aber irgendwie hatten alle auch Spaß, ne? War trotzdem irgendwie ein schöner Abend. Oh, Evan hat ja noch Geburtstag. Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Ähm, JD, würdest du deinem Mann noch schnell irgendwie einen Geburtstagskuchen machen? Äh. Ach, jetzt, weiße, war das jetzt auch zu spät, ne? Evan, hab mal Geburtstag. Happy Birthday. Evan. Er ist jetzt auch schon traurig. Hervorragend. Er schreibt jetzt in seine Ex-Frau. Wie heißt sie nochmal? Kaya. Hallo, Kaya. Mein Leben ist eine einzige Misere, seit ich von dir weggegangen bin. Das Leben mit JD. Ich hab's mir einfach anders vorgestellt. Und weißt du, ich vermisse dich. Ich vermisse dich jeden Tag. Aber diese Frau, sie macht mir Angst, weißt du. Sie macht mir wirklich Angst. Aber irgendwann werden wir uns wiedersehen. Und wenn ich auf irgendeine mysteriöse Art und Weise verschwinden sollte, dann such nach mir, okay? Such nach mir. Verspreche es. Okay, können wir uns ganz kurz um den Hund kümmern? Warum ist der so dreckig? Ach, die Kids sind alle schon schlafen gegangen? Wir haben so viele vorbildliche Kinder. Na gut. Okay. Ja, dann geht der Rest jetzt auch schlafen. Also, Louis, willst du vielleicht in deinem Bett schlafen? Oder wie wär's? Dann bringen wir hier Kian noch ins Bettchen, in den Schlaf lesen. Obwohl, nee, ihn mögen wir ja nicht so gerne. Wir bringen ihn nur ins Bett. Wait, können wir noch ganz kurz dann, bevor wir schlafen gehen, können wir dann noch ein Casting machen? Also anfordern. Dann können wir vielleicht noch morgen zu einem hingehen. Aua. Okay, also, wir haben Weißkittel mit dem Herz. Uh, das klingt sehr gut. Wir sind auf der Suche nach Talenten, die professionell Doktor spielen können. Also, da sind wir Profi drin. Es sind nicht nur die Kardiologen, die im Rhodisia-Krankenhaus den Puls messen. In dieser Staffel untersuchen die charmanten Ärzte Fälle von steigender Körpertemperatur und errötenden Wangen. Das klingt hervorragend. Es klingt wirklich sehr gut und die Bezahlung klingt auch sehr gut. Aber hier ist noch besser. Letzte Stadt im Westen. Warte mal, das ist auch morgen. Level 5 der Charisma-Fähigkeit. Okay, easy. Hervorragend. Okay, und ab ins Bett. Ah, Evan ist zum Senior geworden und irgendwer ist gestorben. Keine Ahnung, wer das ist. Jamil Savea. Und wir haben ein Geschenk bekommen. Wer ist Jamil? Ist das jemand Verwandtes von uns gewesen? Jamil. Oh, sein Bruder. Das tut mir leid. Das tut mir natürlich sehr leid. Okay, Evan. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ich habe total vergessen, dass er Geburtstag hat. Upsi. Dann gucken wir uns dann doch mal ganz kurz an, was wir aus ihm machen können. Also es ist mega unnötig, dass ich ihm jetzt noch einen Umsterling gebe. Aber nur so ganz, also nur so ein bisschen, dass er so einen alten Skin bekommt. Komm, wir machen ihm einmal den Skin rund. Oh, nicht alles. Oh, nee, zurück. Oh, Hilfe. Hilfe. Dass wir nur den Skin runternehmen. Welchen hat er denn drauf? Ah, hier. Den nehmen wir einmal runter. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Und dann geben wir ihm den Senioren-Skin. Wo ist denn der? Den hier habe ich einmal. Den hier habe ich auch ziemlich gut eigentlich, weil dadurch sehen die immer so ein bisschen älter aus. Aber ich habe noch einen anderen. Aber da sehen die so richtig faltig aus. Ich glaube, der ist gut. Ich finde, der hat so eine weibliche Stimme, aber macht ja nichts. Okay, und dann gucken wir jetzt noch ganz kurz nach Haaren. Also natürlich können wir theoretisch auch einfach diese Haare lassen. Das ist ja schon irgendwie sein Markenzeichen. Dann hat er jetzt nur halt diesen Skin. Dadurch sieht er ja schon älter aus. Kannst du mal bitte still sein? Ja, komm. Easy. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt einen alten Sack an der Backe. Das ist doch, also es ist, weil dann ist es halt nicht so schlimm, wenn er dann stirbt. Weil dann können wir halt sagen, oh nein, er war schon so alt. Er hatte so ein wunderbares, langes Leben hinter sich. Und jetzt war es Zeit zu gehen, dass er erst gerade Geburtstag hat. Also haben wir ja jetzt auch nichts für. Oh nein, JD verschwindet aus dem Rampenlicht. Nee, 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 nee. Instagram-Story, guten Morgen, Welt. Woke up like this, natural beauty. Also ich meine, ja, sie ist eine natural beauty. Heute wird ein wunderbarer Tag. Vielleicht werde ich heute meinen Ehemann töten. Haha, die Welt ist so wunderbar. Ich wünsche euch einen sonnigen Vormittag, ihr Lieben. Okay, wir haben jetzt schon 396 Follower, was sehr, sehr gut ist. Wir machen aber direkt noch eine Instagram-Story hinterher. Wo hat sie denn jetzt den Kuchen her? Was ist das hier? Mit Wassergartenbewohner spielen? Ich glaube auch. Okay, die Kids sind zur Schule, beziehungsweise auf dem Weg. Und ich lasse Cash sich dann nochmal besonders anstrengen, weil er schlägt sich halt momentan nicht so gut. Und ich will ja, dass er richtig gut in der Schule ist. Und das ist ja ein bisschen dumm. Nee, nicht Spiele auf dem Handy spielen. Wo ist denn? Hier, dem Lehrer zuhören. Aber ich glaube, er hat ja seine Hausaufgaben gemacht, oder? Hausaufgaben abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ah, ich glaube, die sind aber im Inventar, ne? Shit. Upsi. Aber du musst dich jetzt auch ein bisschen anstrengen. Nur ein bisschen. Hör ausnahmsweise heute mal dem Lehrer zu. Oder warte, pass auf. Du machst deine Hausaufgaben in der Klasse. So, wer hat Mental Level 2? Oh, Cash hat Mental Fähigkeit Level 2 erreicht. Da müssen wir natürlich auch weiter dran arbeiten, weil das ist ja eigentlich sein Ding, ne? Dass er die mentale Fähigkeit weiter ausbaut. Aber wo kommen denn jetzt die Tacos her? Also, in diesem Haushalt hier? Spawned random essen. Ist ja eigentlich schön, ne? Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Louis Vitor hat in der Cafeteria einen Lebensmittelschlacht angezettelt. Das glaube ich nicht. Mh, mh, mh. Mein Kind ist halt zum Anführer geboren, können wir sagen. Und er sollte beim Aufräumen helfen. Okay, er muss auf jeden Fall helfen. Ach, das andere wäre JD-hafter gewesen, ne? Aber egal. Wir wollen ja in der Schule einen guten Ruf bewahren. Ach, sag mal, was ist denn jetzt los? Das Wissenschaftsexperiment von Valentino ist im Labor explodiert und es ist ein riesiges Chaos entstanden. Außerdem sind die anderen Schüler total verängstigt. Wir glauben, dass er das extra gemacht hat. Eine schulische Strafe scheint mir angemessen. Es ist doch nichts passiert. Es ist ja nichts passiert, Hammer. Also, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Oh Gott! Und jetzt kommt bei Louis auch noch der Direktor. Alle sollen sich korrekt verhalten, den Unterricht nicht stören. Leider, ja, ja, wir ignorieren das Kind. So, okay, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Ich habe ja die ganze Zeit auch schon davon geredet, dass ich es auch cool fände, wenn JD so ein bisschen lernt zu singen. Und vielleicht können wir ja mal irgendwo hingehen. So hier, das ist ein Nachtclub, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da jemand ist tagsüber. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo... Ja, da muss ja auch nicht unbedingt ein Dessal Valley sein. Können wir irgendwo hingehen. Vielleicht gehen wir nochmal nach San Baischuno zurück, zu unseren Wurzeln. Dass wir da so ein bisschen jetzt singen üben. Und vielleicht will uns dann jemand Geld geben. Komm, wir gehen zu Julian. Und dann gucken wir, ob unten so ein Podest ist. Und vielleicht können wir da ja dann ein bisschen singen. Ich finde, das ist ein guter Plan. So, dann schauen wir mal. Ist hier irgendwo eins? Ah, nice. Okay, können wir da drauf einfach singen? Können wir nicht? Können nur mit der Gitarre improvisieren? Och Mann! Ich wollte singen! Das ist gemein. Ich habe keine Gitarre und ich habe auch keine Geige. Wait, 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 wait. Komm mal hier hin. JD, komm hier hin. Wir können für Geld Schauspieler, wenn mich nicht alles täuscht. Wir ziehen natürlich ein anderes Outfit an. Weil es darf ja keiner wissen, dass JD Loha unter dem A-Outfit steckt, ne? Und wenn sie dann jemanden so gut Schauspielern sehen, dann denken sie sich so, wer ist das? Und irgendwer kommt dann schon darauf, dass es JD ist. So, wir ziehen mal unser Sommeroutfit an. Weil da sehen wir einfach besonders schön drin aus. Und dann werden wir Musical... Musical-Szene für Drücke. Großartig. Da kriegen wir nämlich dann noch Geld und Ruhm. Und werden wahrscheinlich unsere Schauspielfähigkeit noch verbessern. Achtung, sie macht sich bereit. Oh mein Gott, ich liebe das so sehr. Oh mein Gott! Ich habe das noch nie gemacht. Äh, 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 JD. Oh, warst du das schon? Bist du fertig, oder? Was machst du denn jetzt? Nee, du plauderst jetzt nicht. Oh mein Gott! What? Oh mein Gott! Ist das großartig! Ich liebe es! Oh mein Gott, sie läuft einfach zu den verschiedenen Leuten hin. Oh mein Gott. Kannst du das nochmal machen, Girl? Das war so schön. Ich habe es geliebt. Oh mein Gott, wie cool ist das bitte. Okay, nochmal. Oh, los geht's! Jetzt haben wir auch mehr Publikum hier. Woo! Kannst du mir bitte ein bisschen Trinkgeld geben? Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Oh mein Gott. Oh, wir haben Trinkgeld bekommen. Oder auch nicht? Hallo? Oh, aber unser Ruhm geht hoch. Nice. Sehr cool. Okay. Wenigstens etwas. Äh, gucken wir mal ganz kurz. Äh, ja, nicht mehr, nicht mehr viel, Leute. Es fehlt nicht mehr viel. Wir schaffen das. Wir werden bald einen Punkt noch aufsteigen. Vielleicht mache ich es noch einmal. Nur mal gucken, was passiert. Okay, warte, dann poste ich jetzt nochmal eine Instagram-Story. Ich will jetzt noch ein Star-Level aufsteigen. Dauert das so lange? Mann, ich will einfach nur ein Star sein. Warum ist hier jetzt ein Protest? Wogegen vor allem Protest ansehen? Das ist so witzig. Die protestieren hier für irgendwas Wichtiges. Und J.D. so Backaboo, baby, backaboo, baby. Guck mal. Ist das geil, ey. Weil mit diesem Roboter noch dazwischen, der so voll kaputt ist. Es ist großartig. Ich liebe alles daran. Okay, wir haben jetzt trotzdem nicht herausgefunden, weswegen protestiert wird. Aber egal. Ich werde jetzt die Part an dieser Stelle. Ich habe die Zeit total vergessen. Wir lassen jetzt nämlich schon wieder über eine Stunde auf. Aber es macht einfach mega viel Spaß. Im nächsten Part wird es dann hoffentlich soweit sein, dass wir uns vielleicht von Evan verabschieden können. Also wir werden dann nochmal die Dinner-Party machen. Ja, und dann kommen hoffentlich Leute. Und dann schauen wir mal, was dann noch passieren wird. Aber jetzt an dieser Stelle würde ich den Part dann erstmal beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Dass es euch gefallen hat. Ich freue mich auf all das, was kommt. Schreibt mir gerne, wie ihr das findet mit Tino, dass wir jetzt doch noch warten. Weil ich glaube, das macht schon Sinn zeitlich gesehen. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit mit ihm als Kind. Und haben noch ein bisschen Zeit, mit ihm das Bestreben zu erfüllen. Und im nächsten Paar, ähm, in der nächsten Woche wird er dann zum Preteen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und die Zeit vergeht ja so schnell. Ich meine, jetzt haben wir schon Dienstag. Und dann ist schon fast Mittwoch. Und dann ist schon fast Donnerstag. Ja, ja, genau. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt es mir immer gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.